Koswich ist eine große Kreisstadt im sächsischen Landkreis Meißen. Sie liegt an der Elbe nordwestlich von Dresden und ist mit Selpaygem über Radebeul nahtlos zusammengewachsen. Der Name wird vom altsorbischen Wort Kos-Amsel abgeleitet. Kosowik bedeutet danach Amselgegend. Geografie Koswich liegt im dicht besiedelten Elbtal zwischen Meißen im Nordwesten und Radebeul bzw. Dresden im Südosten. Angrenzende Gemeinden im Landkreis Meißen sind Klipphausen, die Stadt Meißen, Moritzburg, die Stadt Radebeul und Weinböhler. Zu Koswich gehören neben der Kernstadt die Ortsteile Kötitz, Neu-Koswich, Brockwitz, Sörnewitz und Neu-Sörnewitz. Geschichte Koswich war ursprünglich ein Kirchdorf in dem im 15. Jahrhundert Weinbau betrieben wurde. Nach dem Anschluss an die Leipzig-Dresdner Eisenbahn 1839 wuchs der Ort zunehmend, sodass er genau 100 Jahre später zur Stadt erklärt wurde. Bereits 1013 erfährt Brockwitze erstmals Erwähnung in einer Überreignungsurkunde König Heinrichs II., an das Dummstift zu Meißen als Bruch-Uttinatschütle. Im Jahr 1203 wird Kötitz im Zusammenhang einer Schenkung des Markgrafen Dietrich an das Kloster Eitzella unter der Bezeichnung Villa Schottenwitz erstmals erwähnt. Sörnewitz wurde 1205 als Mühlenort Villa Sönwitz erstmals urkundlich erwähnt. Im September 2005 feierte das Dorf sein 800-jähriges Bestehen. 1350 ist die erste nachweisliche Erwähnung Koswigs als Kockzwitsch im Lehnbuch Friedrich des Strängen zu finden. Nach 1556 fiel das Dorf Kajanwüst dessen Flur heute zu Koswig gehört. Am Beginn der Zeit des Nationalsozialismus im April 1933 wurden 70 bis 80 Mitglieder von Arbeiterorganisationen in der Schulturnhalle interniert und misshandelt, von denen 20 in Haftanstalten nach Dresden überführt wurden. Auch Koswig mit seinen Stadtteilen Kötitz, Brockwitz und Zörnewitz wurde im August 2002 von der Jahrhundertflut der Elbe überrascht. Bereits das Elbhochwasser 1845 hatte weite Teile des Stadtgebiets überflutet. Am 25. Mai 2009 erhielt die Stadt den von der Bundesregierung verliehenen Titel Ort der Vielfalt. Ca. 1884 gründete Emil Nacke die Strohstofffabrik Tennicht, die dann 1885 Bestandteil der Vereinigten Strohstofffabriken wurde. Von Brockwitz aus nahm 1898 die Entwicklung der Dresdner Schnellpressenfabrik ihren Anfang. Neukoswig wurde am 1. April 1920 mit damals 1150 Einwohnern eingemeindet. Am 1. April 1935 kam das Dorf Kötitz mit damals 2096 Einwohnern als Stadtteil hinzu. Die Dörfer Brockwitz und Zörnewitz wurden am 1. Entwicklung der Einwohnerzahl, Datenquelle ab 1998, 129, 231. Politik, Stadtrat der Stadtrat der Stadt Koswig setzt sich in der Wahlperiode 2014 zu 2019 aus 26 Ratsmitgliedern zusammen. Das Wappen ist dem früheren Gemeindesiegel entnommen, das seit 1899 nachweisbar ist. Das Stadt Wappen wird wie folgt beschrieben. In Blau schwebend eine goldene Weintraube mit grünem Weinblatt an der linken Seite am braunen gestimmelten Reis. Zwischen zwei aus natürlichem grünen Rasen und natürlichem blauen Wasser aufwachsenden goldenen Getreideeren. Neben der Weintradition, versinnbildlicht das Wappen auch den einstigen Anbau von Braugerste. Das Wasser symbolisiert die Elbe, an deren Ufer die Stadt erbaut wurde. Koswig unterhält seit 1990 eine Städtepartnerschaft mit Ravensburg und seit 1995 mit dem tschechischen Lovorsitzenat Labem. Kultur und Sehenswürdigkeiten, siehe auch Bauwerke Alte Kirche, Barockkirche Brockwitz, Peter Pauls Kirche, Katholische Kirche Heiligkreuz, Herrensitz Rote Presse, Karasburg, Villa Teresa. Peter Pauls Kirche, Kirche Brockwitz, Park der Villa Teresa, Karasburg, Villa Teresa. Koswig liegt am nordwestlichen Ausgang der Dresdner Elbtalweitung. Westlich von Koswig neben dem Ortsteil Sörnewitz liegt das Spargebirge mit dem Aussichtspunkt an der Boselspitze. Fried-Ewald, Hoher Stein, Boselspitze, Verlorenes Wasser. Blick über das Elbtal von der Boselspitze. Punkt. Blick über die Elbe auf das Boselmassiv. Gedenkstätten Gedenkstätte für die Opfer des Ersten Weltkrieges vor der Alten Kirche am Ravensburger Platz. Gedenkstein in der Dresdner Straße, Ecke Bahnhofstraße an die Opfer des Faschismus. Gedenkstein an der Dresdner Straße 207 im Ortsteil Brockwitz an Opfer des Ennis-Terrors. Gedenkstein am Geschwister-Scholl-Platz im Ortsteil Neukuswig an die Geschwister-Scholl. Denkmal von 1975 an der Köthitzer Straße im Ortsteil Köthitz zur Erinnerung an den Bergsteiger und Widerstandskämpfer Kurt Schlosser. Gedenkstätte vor der Alten Kirche am Ravensburger Platz. Gedenkanlage Dresdner Straße, Ecke Bahnhofstraße, Vereine SV Elpland Koswig-Meißen, SPVGG Grün-Weiß-Goswig, TUS-Goswig 1920, SV Steil-Koswig, Wirtschaft und Infrastruktur. Der Bahnhof Koswig liegt an den Bahnstrecken Berlin-Dresden und Leipzig-Dresden. Von letzterer zweigt im Stadtgebiet die Bahnstrecke Boersdorf-Koswig ab, die über Meißentriebe Stahl verläuft. Koswig ist außerdem als in Punkt der S-Bahnstrecke Pirna-Koswig vorgesehen. Eine Elbbrücke gibt es in Koswig nicht. Die nächsten Straßenbrücken sind die alte Elbebrücke Meißen-Elb abwärts sowie die im Jahr 2012 fertiggestellte Elbbrücke zwischen Radebeul-Naundorf und Dresden-Niederwater-Elb aufwärts. Im Ortsteil Köthitz existiert eine Fährverbindung über die Elbe nach Gauernitz. Betreiber der Fähre ist die Verkehrsgesellschaft Meißen. Die Fähre verkehrt zu einem festen Fahrplan und kann Fußgänger, Radfahrer und motorisierte Zweiräder transportieren. Bundesstraßen verlaufen nicht durch Koswiger Stadtgebiet. Jedoch die Sächsische Stadtstraße 82 auf Koswiger Gebiet und weiter bis Meißen heißt sie Dresdner Straße. An der Radebeuler-Stadtgrenze geht sie in die Meißner Straße über. Die nächste Autobahnanschlussstelle ist derzeit Dresden-Neustadt an der Bundesautobahn 4 im Dresdner Stadtteil Kaditz. Gesundheitswesen Das Fachkrankenhaus Goswig ist ein Zentrum für Pneumologie, Allergologie, Beatmungsmedizin sowie Thorax- und Gefäßchirurgie mit den Rikera-Kliniken als Träger. Es ist als akademisches Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums Dresden in die Ausbildung der Studenten einbezogen. Der Chefarzt der Abteilung Innere Medizin, Pneumologie hat gleichzeitig eine Professur für Innere Medizin, Pneumologie am Universitätsklinikum Dresden-Inne. 2013 wurde die Klinik von der Deutschen Gesellschaft für Thorax-Chirurgie als Thorax-Zentrum zertifiziert. Persönlichkeiten Söhne und Töchter der Stadt Lothar Tolle, Maler und Radierer Walter Birnbaum, Theologe und Hochschullehrer der Deutschen Christen NSDAP-Mitglied Karl Schröder, Puppenspieler, Puppengestalter, Regisseur Monika M. R. Klaskski-Langläuferin und Radrennfahrerin Elisabeth Reichelt-Kammersängerin und Colorad-Ursopranistin Heinz Werner-Porzellankünstler Klaus Weidensdorfer-Maler und Grafiker Hans-Ulrich Tomale-Fußballspieler und Trainer Gerhard Schöne-Liedermacher Persönlichkeiten, die vor Ort gewirkt haben Nickel von Karras-Lenzherr und Stifter der ersten Koswiger Kirche Emil Nacke-Erster sächsischer Autobauer Eugen Dalbert-Komponist Teresa Carreno-Pianistin-Komponistin Karl Romer-Gartenbau-Pionier Renate Koch-Politikerin